Alter, 300 Likes! Yeah! Checkt nochmal, checkt nochmal! Die Leute lieben es! Alter, krass! Likes sind nicht alles! Lass direkt noch was posten! Ey, merkt ihr nicht, dass wir uns verhalten wie Rocky hier? Hä? Wie meinst du das denn? Hier, unser Rocky hat gelernt, dass wenn er den Hebel zieht, es manchmal eine Belohnung gibt. Oh, süß! Na ja, geht so. Stell euch doch mal vor, der Hamster ist einer von uns. Ey, warum immer ich? Der Hebel ist die Aktualisierung deines Feeds. Und die Belohnung sind die Likes und die Kommentare, die wir bekommen. Du tust das so, als ob ich dich abhängig machen will. Ja, willst du auch. Deine Belohnungen lassen uns immer wieder online kommen. Wie der Hamster, der immer weiter den Hebel drückt. Und wir merken nicht mal, wie oft... Ey, von der App lass ich mich nicht zum Hamster machen. Lass dich nicht zum Leihkamster machen.